hallo leute herzlich willkommen bei einer neuen runde hunger games wo bist du ich bin links von dir dahinten ja überspringen du hast den komischen skin ich weiß nicht wieso egal ich bin ja okay lass uns loslegen ihr wisst ja alle worum es geht gas geben ich habe nur eine rüstung wo bist du ja aber da sind doch nur scheißkissen das wissen wir doch da war der bogen irgendwo was anderes echt was anderes drin so komm ich bin weiter gelaufen neun sekunden dann endet die dinge das wusste ich nicht dass da immer was anderes drin ist ehrlich gesagt in deinen anfangstur ist ja auch immer was anderes drin ja das ist mir klar hier war doch mal irgendwo eine immer weiter hier war doch mal irgendwo eine truhe auf dem baum oder nicht so der erste ist tot ja gott sei dank da ist er super geil wo was denn ich hab jetzt ne eisenrüstung also ne eisen leggings und lederschuhe und ist ein schwert sehr cool baumhaus gefunden ich habe essen aber ich habe keinen ich gehe mal da runter wo wir letztes mal auch untergegangen sind da wo wir gestorben sind ne da nicht sondern nicht da wo ich gestorben bin sondern da wo die für der feuerfall kam okay ich bei mich tja ich finde kein schwert hier das ist ein bisschen doof ich habe ein schwert ich muss warten bis das feuer da wieder weg ist ich habe ein bisschen angst hier vom dinge ist wieder runter zu da kommt jemand das baumhaus hoch bei dir ja ich weiß gar nicht wo du bist ich würde das ja gern mit ansehen aber ich habe noch ein paar truhen gefunden ich hoffe ich finde jetzt mal ein schwert das wäre mal was schönes ja zwei steinschwerter und ein goldschwert wobei das steinschwert besser ist ne boah jetzt geht's ab hier so ich versuche dich mal zu finden wo bist du denn bist du noch am leben ich bin noch am leben ja so ich esse erstmal ein brot da ist ein baumhaus vielleicht bist du da da bist du sogar hier ist irgendwo ein typ in der nähe der jetzt das baum hoch dann habe ich ihn verprügelt dann ist er wieder gegangen muss aufpassen vorsichtig kommt hoch ja ich sehe deinen namen das ist auch eine schöne ausrüstung ja wollen wir runter und jagen du hast jetzt die area safe gemacht hier auf jeden fall habe ich da keinen gesehen das hat ja auch ein bisschen schiss von mir ja wenn er allein ist dann gehen wir auf ihn drauf vor allem für uns hat er halt schiss ja also zu zweit sollten wir den aber locker packen er hat halt auch nur ein holzschwert ne ja kleine holzgabel will er uns piksen oder was so wie ich in der letzten aufnahme den typen mit der voll eisen rüstung da ist ne truhe da ist ne truhe da ist ne truhe ist bestimmt schon leer denk ich auch ne nicht nicht leer ne enderperle gib mir mal die hose und dafür gebe ich dir die eisenschuhe dann haben wir nämlich beide eisensachen warte hier sind die eisenkettenschuhe ah witzig hat sie wieder auf ach so warte hallo ich bin hier voll im stress ne ja ich auch kann es sein dass wir hier irgendwie nie jemanden finden und immer dann irgendwie rumgammeln komm mal hier lang da war ein haus komm mal weiter da und hier ist noch ne truhe oh was hast du gefunden richtig geil ne enderperle damit könnte ich mich dann teleportieren hin ja wenn der gegner von vorne kommt teleportier ich mich hinter ihnen und haue hier von drauf warte hier ist bestimmt auch irgendwas oder hier ist nur ein schalter ich drücke schalter lass es gehen oh oh da war aber ein ton das war ein warnsignal achtung explosion hier ist nix ja wie viele sind eigentlich noch da wir beide und drei andere ja da ist doch jemand oder ne 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 kommen wir zum spawn rennen wieder ne hallo er ist so langweilig ohne action hier wir spielen hunger games und haben noch nicht einen verprügelt was ist los was ist doch los was ist los hier da miese boilerei bei ecke echt das ist mein spruch aber du hast ihn nicht gebracht ich wollte ihn grad bringen ich habe drei erfahrungsfläschchen ich habe drei erfahrungsfläschchen ja ich habe auch zwei im dings bringt aber überhaupt nichts ein level hat mir das gebracht wo bist du hinter dem ich hätte schon angst ich schreck mich doch nicht so alles cool teams hier fragezeichen ein abgang ein abgang er hat angst wer geht ja ein abgang geht da ist noch ne drüber da ist nix mehr drin hier war schon jemand ha cool ey die hat ja was fallen lassen gold leggins aha und ne chestplate was ist eigentlich besser ne gold leggins oder ne eisen leggins eisen ja gold ist doch immer schwach guck mal da sind lichter an der steinwand kann man den vier anmachen so von wegen hallo wir sind hier kommt doch mal vorbei ja ernsthaft ich will mich jetzt prügeln und wenn ich dabei sterbe ist mir auch egal so ein pfeil und bogen wäre noch ganz äh pfeil und bogen wäre ganz geil weil ich hab ein paar pfeile ok sechs stück oh hier ist ne leiter ok er wäre safe hier jetzt dann wird hier doch auch irgendwo was sein wenn hier ein leiter hin fehlt mit einer golden chestplate und ne und lederhose ja und bringen uns nicht so viel ne ne so ne kiste mit gar nix drin oder war das die ne es war nicht die ich hätte jetzt gedacht von hier oben sehen wir mal ein bisschen oooohh das war nicht so intulent ne ne und ist auch ne troe übrigens wo unten ich kletter hier das hier so lang kommen wir hier runter ich denk schon oder ja hast du ne troe gesehen da bogen yes wahrscheinlich nicht so und ein goldharnisch brauchen wir aber nicht ja das ist die troe gesehen so jetzt sind wir zum spawner werden die sein haben wir mal geschrieben wo die sind wer ist noch dabei noch zwei wahrscheinlich sind die auch im team ne also zumindest besteht die möglichkeit die intim sind butzbär meint der mich weiß ich nicht noch ne troe warte was steht da i bet you can hit a hole in the wall da oben warte das ist feileverschwendung da ist auch kein schalter tja egal komm hier sind häuser oder irgendwas ist das hier die map ist eigentlich ganz nett ne ja kann man machen da hinten ist ne windmühle ich bin immer noch voll angespannt ja ich auch aber es passiert ja nix hier können wir nicht hoch oh was war das denn für blödsinn hat er nicht mehr angriff hast du hunger ne ich hab noch keinen hunger aber lange dauert es auch nicht mehr so ich bin hier oben komm wie hast du das denn jetzt geschafft von da rüber springen von dem mit schnell sprung hier rüber genau sind die gegner kann ich wahr sein dass wir hier niemanden finden wo sind die gegner wo sind die gegner wo sind die gegner wo sind die gegner nur noch hundert mieters nicht runterfallen bitte den gefallen tue ich dir nicht keine ahnung ich darf mich ja alleine rumprügeln schreib mal die anderen sind doof also ihr seid doof und dann jodo oder so hier ist leer bist du zufrieden ja so ist gut leere truhe oh schade obsidian ja ist halt komplett selbstgemacht ok da ist übrigens ne truhe da unten da kommt man aber nicht so einfach hin da will ich jetzt auch nicht hinspringen ne das mach ich jetzt nicht dafür bin ich zu gut ausgerüstet dafür können wir die runde gewinnen showdown in zwölf minuten bis dahin bin ich verhungert wo ich hab ganz gut hunger ey ich hab ganz gut hunger ich hab ganz gut nahrung echt gar nicht brauchst du was was hast du hier nimm mal ein steak steak wär schon mal am anfang ach shit lass mal kurz zurück zu dem ähm dann kann ich uns noch zwei brote backen machen na cool ich hab nämlich sechs weizen hast du auch noch ein bisschen weizen ne ich hab nur ausrüstung hier palutten paintball please what hä ich hab keine drogen man willst du mit mir drogen nehmen ja dann wird es rot rosen regnen sehr gut so es ist dunkel ne kommt jetzt monster eigentlich das wär ein bisschen scheiße ich glaub aber nicht das wär ein bisschen aggro wird mal ein bisschen drauf gehen aber ich würd sagen wir rennen nicht mehr wir gehen nicht mehr ne ich renne auch schon nicht mehr da ist ein bisschen turm da ist das spawnen wir gehen jetzt zum spawnen ne warte 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 hier und ja hab ich mir aber fast gedacht ok wir gehen zum spawn wie vorsichtig ich bin ne ich hab keinen boxer wie du in der letzten Folge einfach zermatscht du bist über die scheißlinge rüber gerannt ich war drin und bin da locker flockig rüber gesprungen und sag grad noch vorsicht da sind druckplatten bin grad auf dem rückweg weil ich die truhe leer geräumt hab du rennst voll rüber und ich werd zermatscht und ich bin dann so da halb am verrecken und drück nochmal drauf drück nochmal drauf ich tu es doch ich tu es doch echt bin ich jetzt schuld an deinem tod ach naja ne eigentlich schon so hier ist der spawn machen wir mal gucken ob jemand ne truhe nicht ausgeräumt hat wobei ich mir das nicht vorstellen kann ich cover dich ein bisschen tja auch hier zwei weizen ist ja krass da dachte er sich die brauchen bestimmt nicht oh der ist gleich einfach sofort weggerannt so wie lange noch bis hier showdown ist noch 570 sekunden hm gut wie finden wir denn die meine güte area 21 aber wo ist da ne ich glaube das ist aus dem anderen aus dem anderen server geschrieben ich glaube die die irgendwie hier premium haben die hier irgendwie premium haben die können irgendwie glaube ich global schreiben premium ey ich weiß nicht für den hunger game server premium sind hier teams yolo was war das denn hm meine dose achso ja hier sind keine gegners wir würden uns ja gerne prügeln aber hier ist niemand also ich hatte einmal kurz feindkontakt ja das hätte ich habe ich noch nicht mal auf aufnahme schade schreib mal spawn und komm wieder hier zurück was ist denn pb hallo wir sind hier totale hunger game noobs ne wobei ich glaube das ist schon wieder von woanders geschrieben da 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 direkt vor uns woa der hat fallen bogen ich auch auf ihn drauf los ihr rennt ha ha ich hab zwei pfeile ich hab zwei pfeile ja jetzt renne er hinter ihm her scheiße ich verkack's gerade meinen pfeilen hier nein hat er dich geplättet ja er hat ein eisenschwert und regelst du warte ja ich hab ihn sehr gut so jetzt muss ich erstmal hier checken was hab ich denn alles für scheiße eisenbein oder ketten ich weiß nicht was besser ist aber das ist auf jeden fall besser so ketten sind besser als eisen hat er noch nen helm oder sowas boah ich hab angst dass mir hier gleich jemand von hinten mich angreift ich muss erstmal die ganze scheiße was ist das hier ein verzaubertes schwert was hat denn das bann 1 was ist ein bann 1 keine ahnung nimm es boah ich hab nen goldenen apfel alter alter pass auf dass ich keiner von hinten kürtelmann ja komm mal rüber kannst du mir über die schulter gucken aber dann hören die mich nicht mehr achso ne dann bleib da so in 44 sekunden ist sowieso aber ich muss erstmal was essen hier ne ja dann ess den goldenen apfel ne noch nicht ich hab noch 40 sekunden was machst du nicht extra damage dann ne das regeneriert sich dann immer wieder also kurz bevor ich gleich in den show da ich brauch mehr pfeile hat der pfeile liegen lassen? scheiße ich hab pfeile fallen lassen boah ich hab keine boah wie dumm von mir ne guck mal eben bei google was bann ist auf dem schwert hat der pfeile? hat der pfeile? hier liegen keine da ist nirgendwo ein fläschchen trank der regeneration richtig gut das nehm ich gleich das nehm ich gleich so wo bist du? er tot? scheiße! ich 15 sekunden bis ich hoffe der trank geht noch so lange auf ihn und 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 und? yes sieg! ha 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 na endlich so das ging aber ganz schön einfach vor allem mit dem trank gut dass ich den eben grad noch gefunden hab ich mein ich hab mir erstmal nen regenerationstrank reingehauen mein leben ging die ganze zeit hoch dann noch den goldenen apfel und er hatte einfach gar nix und ich hau die ganze zeit einfach nur auf ihn drauf so jetzt sind wir grad wieder in der lobby damit beenden wir die runde wo bist du denn? äh da ah hi ja du siehst immer noch komisch aus Hallo Indiana Jones ja hi gut dann würde ich sagen bis zur nächsten runde hunger games bis zur nächsten runde hunger games haut rein bis dann